Der PC-Typ hat wohl wieder, der hat zwar wenig Gesundheit, aber der hat wahrscheinlich wieder einen Sniper und wird mich immer sehen. Wir gehen einfach mal hier in der Mitte. So, kann ich jetzt gleich nochmal springen? Ich sehe die Leute in die... Ich glaube, wir werden beobachten. Ach. Sie kommen. Wenn ihr mich verarscht, mache ich euch fertig. Wo müssen die wohl hin? Da in das Lager. Oh, meine Energie lädt voll langsam auf. Oh... Untertitelung des ZDF, 2020 Bewegungssensor Wie gepanzert da? Gefällt dir das? Gut, er ist still rechtzeitig hier. Ich werde das nicht überschneiden. Toll, da habe ich richtig scheiße gebaut. Alter, wie langsam der rennt. Das könnte mein Ende sein. Aber einer ist tot. Ja, da wollte ich halt spielen. Da wollte ich halt spielen, weißt du. Da wollte ich nochmal zurücklaufen. Den anderen fesseln. Und dann kämpfe ich da gegen so einen AIKI, weißt du. Der gepanzert war. Das ist wieder so richtig dumm gelaufen. Haben die hier schon irgendwo ein Schwein getötet? Nein. Da habe ich richtig scheiße gebaut. Aber wir haben sie ein bisschen beschäftigt und für Angst gesorgt. Die sind dann noch im Gange, ne? Kommt noch schon schwer, das war's. Das war's für heute. Ich glaube, jetzt rennen sie weg, ne? Ich glaube, jetzt geht es weiter. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,ru W included in turn. Oh Ach, macht sie. So schlecht. Was für Scheiß klebt er an dir? So. Was ist das? Also ich verliere mal den Überblick, wenn es zu deren Nahkampf geht. So, ich hatte doch hier irgendwo ein Schwein. Und meinen Stick muss ich auch holen. Also gut, ich lasse mir jetzt... Du hast halt als Predator auch nicht viel Zeit, ne? Du hast halt als Predator auch nicht viel Zeit. Und die Zeit darf ich mir jetzt eigentlich nicht lassen. Aber was soll's. Ich hab die ein bisschen beschäftigt. Ich hatte jetzt wieder einen gedownt, aber ich hatte keine Zeit, den zu enthaupten, weißt du? Weil, wie gesagt, wenn drei Leute oder vier Leute auf dich schießen, bist du auch als Berserker so schnell downgeschossen. Kann ich den hier noch enthaupten? Hier liegt doch noch eine Leiche, oder was? Ja, geil! Gut, das hat nochmal 250 EP gegeben. So, ich glaub, die sind jetzt auch fertig mit ihrer Mission. Da, sag ich doch. Können wir da halt nochmal versuchen. Aber da kommen wir nicht rechtzeitig hin. Ach, ich bin ja nicht voll geheilt. Hauk dir das an, ich hängte dir fest. heli ist abgeflogen heute ist entkommen ich habe überlebt habe ich jetzt noch mal habe ich jetzt zwei gedauert gerade es waren ja alle da hat sich gerade noch mal zwei gedauert keine ahnung also wenn es zu schnell ich bin zu alt für den scheiß wenn es zu schnell geht und zu viel zu sehr zu nah dran ist dann komme ich dann nicht mehr so schnell mit meinen augen hinterher wo was ist wo unten ist na gut kommt ja hier ist jetzt tot aber auch eine gute runde 5.000 was 400 5.500 ep gemacht oder sowas jetzt spielen wir die leichteste klasse eben haben wir die schwerste klasse gespielt jetzt haben wir ja nur unser medikit dabei keine fallen keine bewegungssensoren keine ähm nennt man die dinge kräuche körper also geräusche so auch die map schon wieder also früher oder später müssen sie eigentlich immer dahin können ja hier einfach mal ja hat aus So, jetzt haben wir hier schon mal Sind die das? Ne, das sind NPCs Wie die alle laufen Da sind sie Ach komm Ganz toll Warum ist denn jetzt mein Warum war denn jetzt mein Scheiß Ich wollte gerade schießen Ist das Ding nicht ausgerüstet Was? Ich bin geduckt und der sieht mich? Ich sag euch Das sind immer diese scheiß PC-Spieler Denn die Playstation-Spieler sind zu blöd Das war gemein, ich weiß Guck mal Der guckt Der hat mich sofort schon wieder am Visier Ich glaube, das waren alle Ab jetzt die Porthy-Slide Keine Anfängerfehler mehr Ey Du bist eine Sekunde Du bist eine Sekunde Außer Deckung Und die wissen sofort Wo du bist Was ist das denn Für eine Lächerlichkeit Ich könnte überall Da schon wieder gewesen sein Über fucking all Ja diese Runde wird nix Weil die sehen einen ja immer Selbst wenn du geduckt bist Und dich nicht bewegst Ich glaube, das ist das Ich muss Energie aufladen. Hallo, ist hier unten jemand drin? Da rennt einer, die sind getarnt. Ach, ist das ein Kack. Ach, ist das ein Kack. Ah, getroffen. Ach, ist das ein Kack. Ach, ist das ein Kack. Ich glaube, die rennen schon zum Helikopter jetzt. Ich glaube, die sind jetzt schon fertig. Ich glaube, die rennen, die rennen, die rennen, die rennen. Ich glaube, die rennen, die rennen, die rennen, die rennen, die rennen. Was ist das? getötet Steck! Steck! Ey, Junge! Ach, nein! Tja, das Glück ist mit den Doofen, würde ich sagen. Ne? Eine Aktion, Leute! Eine Aktion! Den einen habe ich gedownt, alle haben angehalten, ja, und dann Speer rausgeholt, rumfuchteln, Rage-Modus, Glück haben, wieder irgendwo festbagen, nicht hinspringen und so ein Zeug und dann läuft es. Aber warum nur drei Kills? Ich habe doch vier getötet. Ich habe doch eben vier Leute enthauptet, oder nicht? Wieso kriege ich nur drei Kills? Aber ich habe 7400 EP, das ist nett. GG! Äh...